In meinem Traum rieche ich ein Barbecue. Ich höre Kinder. Einen Hund. Und ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten, wir kommen in der Nacht. Aufwachen, Blazkowitsch. Sie übernehmen. Ich bin doch wach. Ach, scheiße. 1946. Blazkowitsch, nach hinten schnell machen Sie die Treibstoffwaltung zum Motor 6 nicht schnell. So. Und herzlich willkommen zu Wolfenstein The New Order. Mit mir natürlich. Ja, das ist unser Kapitän. So. Gehen wir mal zurück. Ja, Motor 6. Forward. Ja, okay. Jetzt haben wir gerade. Ja, okay. Ich bin nicht hier einfach gespawnt oder was. Aua. Doch, okay. Mann, ich brennen. Ich bin Captain. Wer bist denn du? Oberleutnant oder was? Und lass uns hier alles raus, was drin ist. Äh. Mit Maus und Tastatur spiele ich. Ich... Weil irgendwie... ...back damit... ...weil Controller anscheinend nicht so gut funktioniert. Ich weiß nicht. Richtig kacke. Weil ich kann eigentlich nur Shooter auf Controller spielen. Aber das lassen wir uns jetzt hier nicht beirren. Ja. Aua. Du moch fucking Blazkowicz, alter. Niemand kam hier was, alter. BJ. Oh. Oha. Da gibt's einfach so'n Schütz. Läger, bin ich drin. Weg mit dir. Weg. Eins, zwei. Drei. Vier. Ist mir schöne Grafik, ne? Boah, stopp. Dieses Spiel ist geil. Gott, alter. Die Deutschen, Mann. Die Deutschen. Was wäre, wenn der Krieg nicht geendet hätte? Hier ist immer. Oh. Oh, yeah. Ja, und ich überlebe alles. Ich sag's euch. Ob jeden Tag, Alter. Let's go. Let's go. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen. Gott, gültiger. Milde. Vulture 1, bitte kommen, Vulture 1. Erste Hilfe, Kofferblastrof. Wenn Sie... Gibt's mir. Jawoll. Du bist jetzt, du verrückter Kerl. Kondo 9, hier Vulture 1. Was sind das für Riesendinge, alter? Was sind denn das 60 Kühnei? Das Problem mit der Steuerung. Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz, Fergus. Ah, das ist Fergus. Schön. So ein Pazifik. Ist ja richtig cool eigentlich. Ein Z-Zeichnung. Oha. Ja, wer es durchlesen will. Hier, bitteschön. Charaktere. Während des Krieges war B.J. als Mitglied der USA in geheimen Missionen gegen das Regime unterwegs. Er sind auf Rache bei seinen letzten Begegnungen mit General Retort im Kopf. Caroline Becker starb. Die Anführung der Widerstandsbewegung. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich sehe Rauch. Sie verlieren Flüssigkeit am Ruder. Ihr Querruder ist hin. Ja, die Mühle zieht sich wie in den Nägelstein. Sackgewirr ist für die... Waaah! Kondo 9, bitte kommen. Kondo 9. Scheiße, das ist ein Truppentransporter. Kondo 9, bitte kommen. Bitte kommen, Kondo 9. Hier ist Kondo 9. Wer spricht da? Was? Private Riot, 100, 9 Luftflasen, Brinkgeranne. Na schön, meine Jungen. Hören Sie mir jetzt gut zu. Also, ziehen Sie das Steuerrad. Ja, Sir. Gut. Nehmen Sie es in beide Hände und ziehen Sie es zu sich. Auf keinen Fall breiten. Verstanden? Halten Sie es gerade und ziehen Sie es zu sich hin. Okay, Sir. Da bin ich. Wieso springen wir eigentlich? Wir haben so kaputt. Rutsche. Das ist ein kranker Alter. Der Typ ist kranker. Immer ich, Alter. Boah. Thank you, bro. Oh, 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 oh alles oder nichts wie stehens captain alles oder nichts ich bin gerade nur gesprungen beine weg und dann für den medikator was geht raus Oh Gott. Was passiert, wenn Deutschland gewohren hätte? Das sieht ja gar nichts durch. Oh! Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wände sorgen. Jo. Wohin mit mir? Nee, Hundi. Stopp. Mag ich nicht. Geh weg von mir. Ich kriege schon was Beschissenes, Alter. Ich hab keinen Bock drauf. Kann ich nicht durchschwingen? Kann nicht jemand hören? Nee, kann ich nicht. Ah. Fergus, wie ist Ihr Status? Leskovich, bei uns hier ist die Katte am Dauern. Wir sitzen hier am Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich hab das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Leskovich, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wild, leuchten Sie. Leskov, sehen Sie das Licht? Wild, das Licht aus! Ja, Sir! Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschütztraum unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Keine Waffen können Ihnen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Ja, Mann. Ah, okay. So, und das sind wir jetzt. Können endlich mal spielen. Steuerung links. Boah. Okay, das ist cool. So. Ja, anscheinend Mager-Totenkopf. Oh, entschwinge ich. Ist ja irgendwas. Hier gibt es immer Sachen so zum Pinden und so. Das habe ich schon mitbekommen. Deswegen einfach mal glotzen. Hier oben. Ah, mit Maus und Tastatur ein bisschen schwierig, aber gut. Man kann daran nichts ändern. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was Sie von dem Spiel haltet, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und, ob ich meine Cam, beziehungsweise mein Bildschirm, so rüberschieben soll, also, dass ich dann nach da schaue. Oder ob das auch so okay ist. So. Genau. Dann gehen wir hier erstmal rein. Ich bin mal fucking Gleskowitsch. Ich bin mir gar nichts. Und hoch mit mir. Geh doch hoch. So. Geh ich mal hier hoch. Uh, ich bin jetzt schon drin. Wo bin ich? Oh, Hade. Weg mit dir, weg mit dir. Weg. Ja, genau. Das Stöckchen kriegt ihr woanders. Ich habe bestimmt noch eins, Alter. Warte. Da hat es gerade angefangen, Spaß zu machen. Ich habe nur ein Messer, Mann. Ich habe mich gerettet. Käpt'n Platt, du weg, Sir. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah. Legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute. Bereit machen für Deckungsfeuer. Er soll einfach Mucke drin haben, Alter. Let's go. Auflauch, 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 auflauch. Ich bin einfach BJ Blazkowicz. Oh, hier unten geht es weiter. Oh, ich habe Panzerraum. Nazis. Oh, das waren zwei Nazis. Nein. Granaten. Äh, werfe ich nie. Muss ich hier echt so auswählen? Oh, nein. Das war schlecht. Ja, noch mal. Die Nazi-Granaten. Ja. Ich habe doch noch irgendwas. So, schwere Muni. Ja, hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas. Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich die ungeschnittenen Version habe oder die normale. War mir eigentlich egal. Ob da ich keine Nazis abkomme. Dann muss ich hier nicht weiter. Halt links. Hinter zurück. Oh. Mach ich die. Anscheinend habe ich nicht die ungeschnittenen Version. Das ist ein bisschen doof. Muss ich mir mal schauen, wie ich die Kerr kriege. Dann spiele ich auf jeden Fall die Ungeschnitten, ne? Wenn Beine und alles liegen ist auch viel geiler. Akimbo? Ja, warte, warte, warte. Ja, ja. Wie geil. Oh. Oh, ho, ho. Oh, nee. Der hat noch ein Bein dran. Na ja, okay, dann... Natürlich doof. Ist hier irgendwas zu finden? Nope. Ding, ne? Der war wirklich im Zweiten Weltkrieg, alter. Es ist halt einfach pure... Pure Grausamkeit. Jetzt wäre der Krieg nicht schon grausam genug. Krass. Au. Also... Ich weiß jetzt nicht, ob das auch da drunter zählt, ne? Aber... Oder... Muss ich das auch in die Luft sprengen? Egal, einfach machen. So. Einfach Akimbo spielen, let's go. Hier hoch geht's. Achtung, Minen. Egal, ich kann kein Deutsch. Oh, ne Pistole. Guck mal, was ich hab. Ich hab ne Luca. Oha. One shot einfach. Die Maschinenpistole scheint am geilsten zu sein. Uuuh. Blödes Viech, alter. Uuuh. Uuuh. Oh, mir Hundeleid. Ich meine, dass sie auch so gemacht werden, alter. Hilfe, Hilfe. Uuuh. Ne, ich hab nicht der Ungeschnitten. Das auch weiter ist alles. Was versuchst du, bro? Ähm. Ne, mal die Stumgewehr. Wumms. Stirb doch einfach. Mensch. Das ist eine ganz neue Dimension des Kriegers. Auszuschaffung des Lebens als ich. Ah, ich dachte, ich hab echt die Ungeschnitten, äh, die geschnitten, ne? Doof. Gib mir alles. Geht's doch noch ein bisschen. Und wenn ich's so mach? Gleiche dich heran. So, oder was? Maus 3. Oh. Peng, 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 peng. Warm. Erstmal den taktischen... Ja. Oh, ich hab jetzt Akimbo Luga. It's cool. Jetzt reicht's mir. Ich muss hier doch noch looten, man. Oder rauf. So schwer genug, ja. All den Kommandanten aus. Weg mit euch allen, alter. Klatsch. Nennt mich den Assasin, alter. Assasin aus Polen. Weg mit dir. Oh, was willst du? Komm, Maus 3 zum Messer werfen. Oha. Was? Militärisches Material. Ja. Die Bomben, die... Bombe benötigt. Ah, ich tu die Bomben zerbomben. Klingt nach dem Plan. Nun denke ich mal, ich muss da lang. Und wenn ihr Bescheid witzig wird, die Folgen so 20, 25 Minuten lang halten. So, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Hey. Weg mit euch. Oha. Ich hätte einfach das LMG benutzen. Halten zu meinem Fert. Ebi. Die Katzenfutter zum Essen oder was? Ich hab' ne Minigun. Ich hab' ne Minigun. Aber muss ich nicht da drüben das zerbomben? Ne, ich will das drüben zerbomben. Hier kann ich... Ist da drüben zum Stealth? Und das hier ist zum Normal, oder? Echt bomben, die Bomben, Alter. Bomben sind geil, zu zu bomben. Macht großes Kabum-Bum. Ja. Baut halt ein bisschen, bis ich ankomme, aber gut. Boom. Oh, ich muss ja raus. Meine Minigun. Ich geh' nicht ohne meine Minigun. Oh. Deswegen sterbe ich auch. Vielleicht warst du. Aber die Minigun ist richtig, Mann. Lass sie nicht zurück. Das ist Kommandant Totenkopf oder was? Das ist der Führer. Eieieie. Oh, oh. Soll ich meine Minigun nicht mehr? Hey, wie kacke. Ich pull die jetzt kurz. Ich will mit dem Minigun rumschießen. Äh, wie behindert. Das finde ich jetzt echt kacke. Scheißegal. War mir mal auch so ein Spaß, Mann. Bin dann bestimmt noch meine. Stell dir vor, du musst es hier unten bewachen, Alter. Was bin ich geworden, Alter? Assassine oder Soldat? Oh, wow. Wie mache ich das? Was für ein Alarm, Mann. Komm, weg damit. Und dann haben wir halt Action. Ah, bist du. Weg mit dir. So, es wird nicht gekuschelt und geschlafen. Ich muss Spaß mit mir haben. Das war's schon. Ah, da hinten. Das kann ich mich nicht nerven, Mann. Kommt doch einfach her, wenn ihr was wollt. Karte des Punktengebiets. Hey! Ja, genau. Lieber es. Ah, wir sind tot. 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 Wie ist denn jetzt hin? Oh. Wann ist es geschafft? Schon bald. Prüfliste für Probanden. Mond. Die Zeit ist gekommen. Die Westgrenze ist gesichert. Ist sicher. Die Fronten sind überwacht. Änderwaschen. Ja. Goldbedaille. Oh, jetzt schmeckt. Also mal hier. Elfini ist frech. Wo muss ich hin lang? Jetzt check ich's. Jo, was machst'n du für einen Ninja-Rolle? Aber guck, wo Panda hier. Das Kampfsystem ist ein bisschen schwierig. War das nicht STRG-S gewesen, oder? Zum hinlegen. Ne, wie auch immer. Hauptstadt-Mädels. Ja. Ich hab Brot gegessen. Deutsches Brot. Ah, nicht nur. Deutsches Brot gegessen. Es sollen hier auch sehr viele Easter Eggs geben, und was weiß ich. Wenn ich nicht alle schaffe, oder keine Ahnung, gar keine, dann tut's mir leid. Ich hab mich da echt nicht reingelesen. Ich wollte mich echt überraschen, was ich beim Spiel. Ähm, deswegen nehmt's mir nicht so übel, und wenn ihr was wisst, dann... Oh. Ah, so kann ich die Waffen auswenden. Warte, ich kann so Granatenwaffen, also gut. Ich bin okay, Mann. Was belebst du? Alter, hab ich dir erlaubt. Und schießen. Kaputt. Ähm, mach ich jetzt. Ähm, Stopp. Was mach ich jetzt? Hallo? 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 Ey, Frech, mach's doch kaputt. Das war doch das Ziel davon. Hallo? Dreh dich um. Jetzt aber. Äh, hab's kaputt gemacht? Oha. Oha. Oho. Oho. Soll dich aber nicht die Kacke kaputt machen? Äh. War das nicht irgendwie die Flagge schützt zu machen? Oder hab ich das falsch gelesen? Na egal. Ähm. Oh, wo ist man denn hier gelandet? Ich hab's überhaupt Willfrieden. Bei Lesen will kann man einfach Pause drücken. Guck mal. Ein Rätsel oder was? Das ist mir egal. Oh Gott. Ich wollte kein Ende mehr haben, habe ich das Gefühl. Komm, versteck dich nicht, Fritz. Der ist so rot, ey. Den will man einfach rumdrehen. Pech. Oskar, sprich. Oh, der war klicken, der. Oh. Oh, der meiste. Jo. ja dann war es doch schon mal mit der ersten folge natürlich gefallen lasst ein abo damit den nichts mehr verpasst und eine eine bewertung ich sehe dass es euch natürlich gefällt wie gesagt in kommentare wie ihr das findet es wird auf jeden fall ein let's play geben auch von den anderen teilen und ich versuche wirklich aktiver zu werden das tut mir leid jungs und mädels und divers wie auch immer und ja dann haut rein und ciao leute